Hallo ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Im vorangegangenen Gespräch mit Thomas habe ich euch schon darüber berichtet, warum ich die Hände oft so vor meinem Herzen zusammenführe. Es ist das Weiblich und das Männlich, das sich auf der Höhe von meinem Herzen zusammenführe. Ich nehme dann einen Atemzug in mich hinein und bin verbunden mit der lichtvollen geistigen Welt. Und da möchte ich euch jetzt mitnehmen auf die Reise in die Welt eurer Antworten hinein. Denn in euch, in eurem Herz, sind alle Antworten auf eure Fragen. Und so nehme ich euch jetzt gerne mit. Macht es euch einfach ganz bequem. Es bedarf keiner besonderen Haltung. Euer Atem fließt frei und ihr beginnt mit jedem Atemzug, eure Hände zu öffnen, die Energie einzuladen, und ganz sanft führt ihr die Energie zusammen, eure Handflächen und auf der Höhe des Herzens sind sie nun. Und nun schließt eure Augen. Nehmt einen tiefen Atemzug. Und ab jetzt begleite ich dich. Du bist nur auf deinem Platz, wo du jetzt bist. Es gibt kein rechts, es gibt kein links. Nichts befindet sich vor dir und nichts befindet sich hinter dir. Nichts ist über dir und nichts ist unter dir. Denn nur du bist du, in diesem Moment, in deinem Licht zu sein. Atme in dich hinein, in dein Licht, in deine Liebe, in deine Seele, in deine Essenz, deiner Seele, in dein Bewusstsein. Dort bist du. Du bist. Lass deinen Atem fließen. Sei ganz in dir, in deiner goldenen Herzkraft. Spür sie, schau sie dir an. Dieses pulsierende, goldene, heilende, kraftvolle Licht in dir. Und so schaue, wie aus deinem Herzzentrum sich eine goldene Kugel formt. Sie formt sich ganz frei. Du brauchst nichts zu tun. Sie ist einfach. Denn du bist dieses Licht. Nun kann sich dieses Licht, diese goldene Kugel, auf der Höhe deines Herzzentrums aus dir hinaus bewegen, aus dem Körper hinaus. Und du kannst deine Hände wie eine Schale formen, vor dir, in der Höhe des Herzzentrums. Und so schaue, wie diese goldene Kugel sich nun in deinen Händen befindet. Schau dir dieses goldene Licht genau an. Siehst du dich? Du, das Licht, das du bist. Das bist du. Und schau, du kannst diese goldene Kugel drehen und wenden in alle Himmelsrichtungen. Sie bleibt immer golden, vollkommen rund. Denn du bist vollkommen. Das bist du. Die Vollkommenheit in dir. In deiner Vollkommenheit, in diesem göttlichen Licht, das du bist, ist die Welt der Antworten. Dort ist alles, was dich bewegt. Du kannst jede Frage stellen und die Antwort fließt zu dir. Und wenn du keine Antwort erhältst, ist es auch eine Antwort. Denn dann ist die Antwort Stille. Du erhältst immer Antwort in deiner Vollkommenheit. Und so trägst du dich selbst auf Händen. Du achtest und ehrst dich. Du wertschätzt dich selbst. Denn das bist du in deiner Vollkommenheit. Atme tief ein und aus und mit den nächsten Atemzügen lässt du dieses goldene Licht, die goldene Kugel wieder hinein gleiten in deinen Körper, in dein Herz hinein, in dein Herzzentrum. Und so sehe, wie du strahlst, dein ganzer Körper strahlt in einem goldenen göttlichen Licht. Jede Zelle wird durchflutet. Frieden ist in dir. Liebe ist in dir. Und so spreche im Stillen in dich hinein. Ich bin Liebe. Lass den Atem fließen, ein und aus. Spreche in dich hinein. Ich bin Licht. Lass den Atem fließen. Und spreche in dich hinein. Ich bin Friede. In diesem Bewusstsein des Friedens, der Liebe und des Lichtes in dir, kehrst du zurück in deine Welt. Du bist auf deinem Platz. Du löst dich aus der Energie. Du nimmst das Rechts und das Links wieder wahr. Du spürst das Oben, das Unten. Du weißt, es gibt das vor dir und das hinter dir. Du bist jetzt wieder ganz da in deinem Körper, in diesem göttlichen Licht. Verankere es mit einem Lächeln in dein Herz hinein. Vielleicht magst du dir die Hände auf dein Herz legen. Diese Herzensverbindung, die Seelenverbindung zu dir hinein nochmals zu spüren. Und zu wissen, dieses golden göttliche Licht, das bin ich. Und dies strahle ich in die Welt. Nimm ein paar Atemzüge, führe deine Handflächen noch einmal zusammen. Das weiblich-männliche vor dir, in dir. Und dann komm zurück in dein Hier und Jetzt. Und dann öffne ganz langsam deine Augen. Sei ganz in dir. Wenn du magst, bleib noch ein bisschen in der Stille. Ich danke dir, dass ich diesen Moment mit dir teilen durfte. Alles Liebe für dich. Deine Bea Deine Bea Deine Bea Deine Bea Untertitelung des ZDF für funk, 2017